herzlich willkommen beim marktupdate klar schiff ich bin andres lipke und mit dabei natürlich auch wieder philipp hallo ja wir sind hier bei diesem format dabei eure fragen die am montaglichen marktupdate nicht beantwortet werden können die werden jetzt hier in diesem klar schiff format beantwortet sind wieder viele fragen gewesen 15 16 oder vielleicht auch 20 weiß ich gar nicht wie viel sind die seite ist voll die seite ist voll eine volle seite wird auf jeden fall beantwortet und wir legen gleich los genau dann verlieren wir keine zeit und fangen gleich mit dividendentiteln an nämlich unilever procton gambe und walmart eine schöne frage die von einem zuschauer reingekommen ist sollte man jetzt auf dividendentitel setzen und wenn ja auf welche die aus dem handelsbereich die aus dem konsumartikelbereich und die frage ist eigentlich ganz interessant hier muss man nämlich unterscheiden dass wir auf der einen seite wie zum beispiel bei unilever ein handelskonzern haben der vorwiegend natürlich damit seine tätigkeit ausübt dass er eben produkte an den endkonsumenten ausliefert teilweise durch eigenmarken dann natürlich auch die marge ein bisschen erhöhen kann aber insgesamt muss man natürlich berücksichtigen dass die margen die in diesem geschäft erzielt werden können relativ klein sind und das sozusagen über die umschlag höhe oder umschlagsgeschwindigkeit dann eben die gewinne erzielt werden und wenn man eben in solchen zeiten wie momentan im lock down eher geringere umschlagsgeschwindigkeiten regenerieren kann dann ist halt das problem dass natürlich dann auch die marge insgesamt sinkt und das sehen wir derzeit aber es ist sozusagen kein no go oder ein showstopper für die gesamte branche nur man muss hier ein bisschen genauer gucken ihr habt ja auch noch procton gamble und walmart angesprochen und da sind wir auch bei zwei interessanten titeln die ergänzend um johnson johnson eigentlich durchaus interessant sind wenn man eben in den usa investieren will und wenn man sozusagen dann das währungsrisiko euro es dollar mit berücksichtigen möchte und ich würde sagen wir gucken uns einfach mal die aktien von walmart an als gut als interessanten vertreter weil walmart nämlich so ein bisschen so eine twitter position hat die sind sowohl auf der einen seite im ort economy also klassischen in dem stationären handel eben gut positioniert aber und das ganz wichtig die haben eben auch den online sektor sehr stark ausgebaut und können da so durchaus schon in richtung amazon schielen und denen auch ein bisschen das wasser bieten oder wasser reichen wenn man so möchte und von daher ist wohl mal finde ich ganz interessant weil man sowohl im stationären handel als auch natürlich in der neuen online welt zu hause ist und entsprechend dann von diesem wachstum insgesamt in den sektor wirklich profitieren kann johnson johnson werden an der stelle auch schon öfters gehabt so ein konzern der bietet eigentlich hygiene artikel alles mögliche an was man eben so kennt rund um natürlich auch pharmazeutische produkte und und den konzern finde ich eigentlich ganz interessant auch wenn er jetzt vor kurzem wieder so eine kleine schlappe in richtung coronavirus im stoff hatten hinnehmen musste also hier ist glaube ich die meines erachtens die die entwicklung erst mal oder die forschung gestoppt worden aber das sollte nur vorübergehend eine schlappe für den konzern sein wir gucken uns mal den chart hier an ich rufe mal die new york stock exchange auf und da sieht man es schon gerade wenn man sich halt langfristig an den chart mal anschauen ist halt ein schöner aufwärtstrend für mich halt auch eine aktie 2,58 prozent dividendenrendite als handelskonzern durchaus ansehnlich bei unilever würde ich jetzt um die aktie dezidiert mal zu besprechen ein bisschen vorsichtiger sein starker fokus auf europa eben und da spielt die konjunktur eine wesentlich größere rolle weil man eben zu wenig eigenmarken hat die man halt in den vordergrund rücken kann und die bewertung ist relativ hoch wir gucken uns mal auch hier noch mal den chart an damit wir eben auch sehen worüber wir eigentlich reden und danach können uns gleich noch mal die procter & gamble rein nehmen und man sieht hier schon da ist so ein bisschen bremsfunktion drin das also mir gefällt die aktie unilever insgesamt momentan nicht so 3,8 prozent dividendenrendite kommt ja nicht von ungefähr das heißt der aktienkurs rückläufig dividendenausschüttung ist relativ hoch dadurch steigt natürlich die dividendenrendite aber man hat eben auch das gefahr dass der aktienkurs weiter rückläufig sein kann und dann ist halt mit der die db mit der hohen dividendenrendite erst mal nichts gewonnen also da muss man ein bisschen gucken wir gucken noch mal schnell auf procter & gamble und dann können wir auch schon auf die nächste frage gehen procter & gamble ist halt auch ein klassischer konsumartikelhersteller waschmittel zahncreme also alles mögliche stellen die eigentlich hier aus dem normalen bereich sind aber auch in anderen bereichen gut unterwegs da ist aber für mich so ein bisschen das problem die sind vergleichbar mit einer henkel in der beyersdorf die sind also sehr stark nur in diesem produkt thema drin weniger eben auch als handelskonzern zu sehen ich würde da glaube ich tendenziell eher walmart oder johnson & johnson bevorzugen als eben auch jetzt procter & gamble zu setzen ganz klar okay dann kommen wir zum nächsten wert das scheint ein deutscher zu sein die medius ag genau die hatten wir an der stelle auch schon öfters medius ag ist eine beteiligungsgesellschaft die sich ganz stark auf den pharma und healthcare bereich gesundheitswesen bereich im fokussiert hat man kauft beteiligung an kleineren mittelgroßen unternehmen die in diesem sektor tätig sind und entwickelt dann sozusagen die produkte die von diesen pharmaunternehmen meistens verschreibungsfreie präparate die dann eben weiter und das ist eine strategie die ist ganz interessant ist natürlich auch gerade im letzten jahr stark aufgegangen und das unternehmen befindet sich in der absoluten expansionsphase hier muss man halt gucken potenzial ist meines erachtens noch da aber ganz wichtig sollte diese phase mal zum stillstand kommen oder erst eine konsolidierung eintreten passiert genau das was eine konsolidierungsphase oder eigentlich schon im wort hat es wird konsolidiert und das kann dann eben bedeuten dass halt das geschäft normal läuft aber die abschreibung für die ganzen beteiligungen die man vorher eingegangen ist dann sozusagen aktiviert werden bzw wirksam werden und das erstmal so einen kleinen dämpfer geben kann das hat man oftmals bei unternehmen gesehen die sehr stark dadurch gewachsen sind dass sich viele unternehmen gekauft haben das heißt erstmal hat man eine schöne expansionsphase dann muss das sozusagen alles verarbeitet werden dass wir eine abschreibung vorgenommen operative geschäft kann wirklich weiterhin wunderbar laufen aber es dämpft natürlich erst mal auf die gewinndynamik und das kann natürlich passieren aber insgesamt ich finde die strategie ganz interessant die scheint ja auch aufzugehen also die man da eben angestrebt hat und von daher ist es ein unternehmen was sicherlich noch die nächsten sage ich mal paar vier fünf quartale noch durchaus weiter so laufen kann aber dann könnte eben wie gesagt dieser bilanzeffekt da eintreten und da muss man halt mal schauen gut dann schauen wir auf das nächste unternehmen die atos ag auch ein ja atos ag ist für mich auch so ein bisschen überraschungskandidaten zeigt auch immer dass man eigentlich auch also dass jeder an der börse eigentlich eine gute chance hat nicht jetzt am unternehmen sondern wirklich jeder anleger typ atos ist ein unternehmen was sich spezialisiert hat auf dem auf management software für den personaleinsatz im weitesten sinne ich formuliere es mal so ein bisschen schräg und sperrig und das ist natürlich gerade in zeiten von dezentralen arbeitsplätzen das a und o also wenn ich jetzt so daran denke viele sind im home office man muss ja trotzdem irgendwie wissen wer macht wo wie was wann wie lange hat man gearbeitet braucht man eine software die sozusagen sowas verarbeitet weg von diesen klassischen einsatz einsatz von excel tabellen und da ist natürlich soll als atos ganz weit vorne man sieht es halt auch schon im aktienkurs verlauf gerade hier seit dem märz tief 2020 haben sich die aktien vervierfacht also wirklich von 50 auf 200 euro angestiegen spiegelt genau das wieder also in der retrospektive betrachtet jetzt nach vorne schauen denke ich ist hier wirklich schon langsam das top erst mal erreicht weil halt genau diese umwälzung jetzt stattgefunden haben viele unternehmen haben halt die software gekauft die man dafür braucht die notwendig ist und das führt halt auch dazu dass ich glaube dass wir jetzt auch erstmal eine konsolidierung bei artos sehen wir haben sehr sehr viele unternehmen die natürlich durch diese stay at home aktivitäten durch dieses dezentrale arbeiten stark profitiert haben und einfach erstmal konsolidieren ich glaube auch nicht dass es jetzt sich wieder umkehrt es wird so bleiben aber der erste drops ist sozusagen erstmal gelutscht jetzt muss man erstmal warten bis sozusagen diese nächste phase kommt und ich denke das ist größtenteils wenn ich noch die bewertung ansehe kgv von 78 in den preis einfach eingepreist okay gut dann kommen wir jetzt zum nächsten wert ein absoluter kundendiebling und den haben wir glaube ich gefühlt auch je nach jeder zweiten sendung die xiaomi genau vor allen dingen haben wir jetzt auch gelernt sozusagen durch xiaomi bei dem chinesen unser essen original mandarin zu bestellen ja mal gucken genau was ich dann da wirklich ein schuh auf dem mülldeckel oder so was keine ahnung also auf jeden fall genau xiaomi nach wie vor natürlich ein interessantes unternehmen hier sind zwei aspekte die die aktienkurse in den letzten tagen ich mache jetzt mal hier einen kleineren genau auf fünf tages sicht dann sieht man was da passiert ist den ersten kurzsprung am 19.2 der ist dadurch hervorgerufen worden dass wilde spekulationen im markt waren xiaomi würde jetzt auch e-mobility einsteigen würde ein eigenes auto herstellen gab es halt spekulationen darum die nennt sich das auto mini e auto baoyun e 300 also e 300 habe ich jetzt mal eingedeutscht chinesisch wüsste ich nicht wer es weiß e 300 auf chinesisch einfach in die kommentarleiste reinschreiben nein genau und das war die spekulation warum die aktien eben totgeschossen sind dann gab es sofort das dementi xiaomi sagte dann nein wir haben nicht vor in diesen bereich reinzugehen wir haben zwar darüber nachgedacht man liefert ja auch schon bereits eben an fahrzeugteile beziehungsweise fahrzeug app und vernetzungstechnologie eben an baoyun aber halt will kein eigenes auto herstellen so daraufhin kamen die aktienkurse wieder ein bisschen zurück dann nochmal beschleunigt durch die korrekturtendenzen die wir jetzt gesehen haben trotzdem interessant die bringen nämlich ein neues handy und zwar wie heißt das xiaomi m 11 smartphone raus was sozusagen gut in den testergebnis abgeschnitten hat was eigentlich wieder ein gutes preissegment hat man liegt so in dem mittelfeld zwischen so apple samsung und halt den billigeren produkten und davon denke ich mal gehe ich aus dass da auch wieder natürlich eine sehr große nachfrage sein wird und die aktien von xiaomi davon dann profitieren können wir können uns mal den einjahreschart ansehen und ich denke dass wir hier auch weiterhin eine positive tendenz sehen werden okay der nächste wert wo ich versuche mich mal einen schlechten wortwitz mal sehen ob der groschen bei dir fällt tencent genau sehr gut ne war kein schlechter war eigentlich ganz gut ja tencent der groschen obwohl die meisten zuschauer werden es vielleicht gar nicht mehr kennen oder den groschen ja ich glaube so jung ist unsere zielgruppe ja dann doch nicht also die meisten also wer es weiß bitte und auch in die kommentar leite leiste dann neben dem chinesischen ausspruch von e 10 dann eben auch gerne noch mal was ist dann eigentlich ein groschen genau und wer weiß noch dass eine kugel eis mal ein groschen oder weniger gekostet hat oh jeder okay das daran kann ich mich glaube ich noch nicht mehr erinnern okay tencent holdings genau chinesisches unternehmen was natürlich auch durch die beteiligung sehr sehr interessant ist wir sehen hier auch dieses diesen starken kursanstieg in den letzten jahren ich habe hier mal den langfristschart reingepackt genau ich kann mal gucken wir können trade get ruhig lassen die entwicklung ist hervorragend gewesen wird sich auch in den kommenden jahren meins nach achtens weiter fortführen das unternehmen ist eben in den wichtigsten segmenten unterwegs man hat eben interessante beteiligungen und für mich ist das nach wie vor ein klassisches basen investment bei chinesischen technologie aktien china ganz ganz wichtig als volkswirtschaft wird ist als erstes aus der pandemie wieder glümpflich rausgekommen hat hohe wachstumszahlen technologisierung digitalisierung wird ganz ganz stark vorangetrieben dieser gaming aspekt spielt auch eine wichtige rolle dass halt immer mehr menschen natürlich auch gaming online gaming vollziehen oder eben ausüben und davon profitiert tencent für mich eigentlich wirklich ein grandioses unternehmen und ich denke dass da wirklich auch weitere kursanstiege stattfinden werden aber hier muss natürlich auch sehen natürlich kann es konsolidieren wir haben es jetzt gesehen weit über 80 euro jetzt runter auf 74 euro gehört halt dazu das sehen wir im aktienstart öfters kann auch noch mal weiter vielleicht fallen die auch noch mal in 60 euro bereich umgerechnet zurück aber perspektivisch auf fünf bis zehn jahren macht man mit einer tencent nichts verkehrt der nächste wert man könnte glauben dass das ein hersteller von gepanzerten limousinen für russische milliardäre aber wahrscheinlich stellt diese das unternehmen nur laufschuhe und fußballtrikots her an der arme genau an der arme beziehungsweise hätte man auch irgendwas in richtung vermittler plattform für singles oder sowas wenn man es anders ausgesprochen hätte ausgesprochen hätte theoretisch auch ableiten können ja schreibt sich aber anders oder ja stimmt aber vom von der von phonetik her könnte man es annehmen können egal gut genau ist alles dasselbe ist alles dasselbe genau und außerdem ist ja irgendwo auch ein sportliebhaber ja dann eben auch hat man ja sozusagen vielleicht haben sie ja deswegen diesen 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 firmennamen gewählt wer weiß marktupdate die sendung des gepflegten wortwitzes so sieht es aus ja genau an der arme hat natürlich hat in den letzten tagen viele investoren und aktionäre positiv überrascht und zwar ist man erst so ein bisschen davon ausgegangen dass das amerikanische unternehmen den anschluss an den größten konkurrenten nike und an den beiden deutschen konkurrenten adidas und puma verloren hatte man hatte ganz lange zeit genau probleme eben damit man hatte keine guten keine guten sportstar stars mehr unter vertrag also irgendwo hakt es an allen ecken und enden aber an der arme hat eben jetzt überrascht ich habe mir mal die zahlen hier angesehen es war eben eine ein verlust von 7 cent erwartet worden aber man konnte ein profit von 12 cent pro aktie eben ausweisen daraufhin sind die aktien auch gut angestiegen und ich glaube auch ähnlich wie bei den anderen unternehmen wie adidas neigt dass eben die annahme dass das die unternehmen die sportartikel hersteller unter den einschränkungen im stationären handel gar nicht so stark leiden wie man wirklich erst gedacht hatte sondern das eben wirklich online über den online markt halt doch wesentlich mehr gekauft das heißt du hast dem wahrscheinlich irgendwann mal laufschuhe gekauft da weißt du dann okay das ist die schuhgröße die man braucht also orderst du dann einfach online deine entsprechenden größe weil du das dann schon kennst also ich glaube dass dieser aspekt dass man wirklich klamotten oder im sportartikel im lahnkauf dann überschätzt worden ist und demzufolge halt auch bei an der arme das heißt viel kann halt online aufgefangen werden und das sieht man in den aktien für mich auch interessant ich glaube die wachstums story an sich ist noch nicht beendet hier sieht man wirklich eine gute situation einer eines möglichen turnarounds wenn man so sagen will das heißt dass hier der nachhaltige gewinnanstieg wirklich auch gegeben sein könnte und ich finde die aktien interessant wir hatten die auch schon mal an der stelle hier erinnert mich erinnere ich mich gerade dran also ich denke es wird auch weitergehen und interessant aber muss halt diesen hochspekulativen charakter natürlich auch immer wieder berücksichtigen dass das eben ein unternehmen ist was natürlich auch nicht so gesund dasteht wie jetzt eine nike oder eine adidas aufgrund der positionierung aber durchaus interessant sein könnte aufgrund der turnaround situation gut die nächsten wert auch ein guter alter bekannter palantir wird glaube ich jede woche mindestens einmal nachgefragt mindestens und wir gehen leider nicht jede woche darauf ein aber jetzt haben wir lange genug gesammelt jetzt können wir mal wieder darauf eingehen genau palantir ist für mich dahingehend interessant weil das halt in einer branche tätig ist datenanalyse die halt zunehmend an bedeutung gewinnen wird das ist ganz klar diese aktien sind relativ kostenintensiv preisintensiv in den markt gekommen das muss man ganz klar sagen und haben sich natürlich auch durch vielerlei ja ich nenne es jetzt mal hypes oder eben fokussierung von jungen anlegern eben doch sehr stark entwickelt das sieht man hier bei 10 us dollar sozusagen der handelsstaat die haben auch eine festpreisplatzierung vorgenommen das heißt so ähnlich wie spotify ist halt folgendes passiert dass man hier nicht eine ipo-spanne angenommen hat und gesagt hat okay die aktien werden in dieser range angeboten und die investoren können die dann kaufen zu einem bestimmten kurs und dann werden die zugeteilt sondern man hat gesagt das sind das sind die aktien die wollen wir platzieren dann ist der handel gestartet und man hat die aktien in dem markt nach nachfrage jeweils verkauft und damit sozusagen dann die erlöse erzielt was natürlich dazu führte dass dies bewertungsniveau dann relativ hoch war eben kein analyst oder keine analysten vorher da waren die gesagt haben hey platziert die mit acht oder sieben dollar oder so was sondern man hat halt gesehen okay wir können zehn dollar nehmen dann hat man eben für zehn dollar die aktien verkaufen deswegen hat sich auch so unten diese lange also oder verhältnismäßig lange dann seitwärtsphase ausgebildet weil man entsprechend dann die aktien in den markt gegeben hat so was danach natürlich passiert ist als dieser verkaufsdruck sozusagen weg waren sind die aktien sehr stark angestiegen hier über 35 fast 40 dollar hoch also vervierfacht innerhalb von fünf handelsmonaten das ist schon üppig also auch wenn die branche natürlich interessant ist auch die zahlen die letztens vorgelegt worden sind fände ich interessant sind gut deuten auch darauf hin dass hier ein wirklich hohes wachstum vorliegt ich finde die aktien langfristig weiter interessant würde aber hier tendenziell ruhig mal eher so ein bisschen auf der lauer liegen das heißt also bei kursschwäche also kaufen dann eben aber jetzt eben wie gesagt nicht unbedingt in die aktien rein springen weil ich jetzt kein initial dafür sehe dass wir hier noch mal richtig hohe kursausschläge sehen wir werden perspektivisch wird man hochlaufen also in den nächsten drei jahren wird man schon wesentlich höhere kursniveaus oder ein kursniveau dann eben sehen aber es wird eben auch ein bisschen dauern dann muss eben das operative geschäft unterfüttert werden man hat hier mit großen unternehmen kooperationen eingegangen die sehr vielversprechend sind von daher ein tolles unternehmen aber aktuell wie gesagt ambitioniert bewertet und es braucht einfach noch zeit man sieht es in kgv von 207 also nicht mehr günstig aber ich denke das wird schon relativiert werden weil man entsprechende aufträge auch reinhört aber das braucht halt ein bisschen zeit aber ein tolles tech unternehmen was perspektivisch durchaus interessant ist also wer das investiert ist und drin ist irgendwie bei 10 und 15 us dollar da den einstieg finden konnte würde ich halten liegen lassen und wirklich dann warten für ein einstieg sehe ich jetzt momentan nicht unbedingt die notwendigkeit diese oder letzte woche hat uns die frage erreicht warum eigentlich so viele chinesische aktien die isen von den cayman islands haben genau eine sehr interessante frage das hat damit zu tun dass die viele chinesische unternehmen einfach einen schnelleren zugang zum beispiel an den amerikanischen aktienmarkt suchen und das fällt tatsächlich über eine isen über einen cayman lösen sozusagen einfacher wir haben auch viele unternehmen die die bahamas lösung gesucht haben das heißt da wurde dann eine holding auf den bahamas oder eben auf den cayman islands gegründet diese holding hält dann sozusagen an den chinesischen oder an dem unternehmen in hongkong die beteiligung und diese holding wird dann sozusagen als konstrukt in amerika gelistet ist halt wesentlich einfacher man kann nämlich als chinesisches unternehmen muss man eben bestimmte regularien erfüllen um an der amerikanischen börse gelistet zu sein das können aber oder wollen viele chinesische unternehmen dann halt auch nicht und deswegen sind man sozusagen diesen umweg das hat nichts damit zu tun dass man hier irgendwelche steuerlösungen oder sowas sucht sondern vielleicht auch aber erstmal nicht vorrangig sondern das hat einfach mit dem listing prozedere an den ausländischen börsen spricht gerade in den usa zu tun und deswegen also nicht wundern wenn man viele adr's gerade auch sieht die halt diese cayman oder diese bahamas lösung halt haben also eine by beziehungsweise dann eben keine chinesische eisen sondern eben eine andere lösung haben das ist einfach praktikabler nämlich jetzt mal und man kann das auch mit einem schönen urlaub verbinden so sieht es aus bei der hauptversammlung okay die nächste aktie auf diesem zettel hat einen exotischen namen und es erinnert mich an einen schwäbischen stoßseufzer huja huja incorporated genau huja ist eine chinesische streaming plattform oder ich glaube china oder südkorea das müsste ich jetzt mal ich glaube es war china und das ist natürlich ein interessantes segment also da ist klar wir haben gerade über gesprochen bei tencent technologie china wachstumsmärkte also zwei wachstumsbranchen oder eine wachstumsbranche in einem wachstumsmarkt ist natürlich immer eine brisante und auch interessante mischung also da ist ordentlich dynamik drin und das zeichnet sich also auch bei huja ab huja ist so ein bisschen wie soll man sagen das twitch chinesische twitch penderung aber nicht genau gleich natürlich sondern als er auch dieser fokus auch nur aufs gaming sozusagen und das ist ein ganz interessant die zahlen die man eben hier vorgelegt hatte können sich sehen lassen margin sind gestiegen umsatz ein bisschen rückläufig gewesen aber da ist für mich auch erst mal interessanter dass die margen erst mal steigen weil wenn man mich dann zukünftig weiterhin natürlich den umsatz wieder hochkriegt also ansteigen lassen kann hat man durch eine höhere marge mehr davon als wenn man sozusagen die marge runter fährt und den umsatz steigert weil damit ist langfristig kein geholfen sieht man in vielen branchen dass man sozusagen aufgrund von gewinndynamik er den umsatz steigert muss nicht unbedingt hilfreich sein macht bei jungen unternehmen sind weil man natürlich erstmal marktanteile haben will bei älteren beziehungsweise schon etwas gereifteren unternehmen dagegen nicht und das ist eben so gesehen deswegen finde ich die aktien gar nicht so uninteressant nicht so interessant wie eine tencent weil mir hier einfach der fokus zu stark eben auf eben chinesisch auf chinesische streaming ist und da hat man auch mehr das stichwort ich sag mal regulatorik man kann da ganz schnell in so einen sphären reinkommen wo man eben dann in ungenade fällt das ist gerade bei alles was so medien medien ausstrahlung zu tun hat sehr sehr wichtig auch zu beachten also von daher es ist schon ein risikovolleres investment wenn man in technologie in china investieren will ich finde es nicht uninteressant aber ich würde wie gesagt hier dann eher eine kleinere position reinnehmen aber langfristig kann durchaus wenn man hier wie gesagt nicht in ungenade mit der chinesischen regierung fällt kann dann ordentliches und wachstumsträchtiges geschäftsfeld entstehen die nächsten beiden werte würde ich jetzt mal gerade zusammenfassen dein einverständnis vorausgesetzt aber du nix gut eon und rwe genau zwei deutsche versorger die sind auch nachgefragt worden kann man eigentlich kurz beantworten ich finde die unternehmen interessant ich finde eon interessant gerade auch wenn man sich ansieht 5,76 prozent dividendenrendite ich kann die max hetra reinmachen den haupt handelsplatz und wir haben hier sehr sehr starke seitwärts bewegung aus meiner sicht heraus nur eben aufgrund der tat oder der tatsache geschuldet dass hat viele investoren hier kaum oder eine wachstums story so fehlt also es ist ein grundsolides geschäft das hat man eben auch bei ich kann die rwe packe ich einfach mal hier als vergleichswert rein dann sieht man nämlich dass die wesentlich besser performt haben als die eon in den letzten jahren und das hat natürlich damit zu tun gehabt rwe hat sich stärker auf den esg bereich fokussiert und hat natürlich da auch die neue ausrichtung vorangetrieben dass da viele investorengelder reingegangen sind und eon ist sozusagen er so in dieser alten welt verhaftet gewesen aber nichts desto trotz finde ich beide unternehmen interessant ich würde auch wenn man eben deutschen segment investieren will würde ich auch beide unternehmen tatsächlich mit berücksichtigen wie gesagt große wachstums stories sehe ich da jetzt bei einer eon zwar nicht aber ich finde die eben von als value ansatz interessant man hat hier ein geschäftsfeld was nachhaltig nicht unter dem esg aspekt sondern was eben jetzt weiterhin auf diesem niveau bleiben wird man hat die ganzen problematiken aus der restrukturierung umstrukturierung durch akw geschäftsfeld eben überwunden und ich denke da halt auch dass man hier zukünftig ja durchaus eine gute dividende erhalten wird also für dividenden jäger eigentlich also passend zu der eingangsfrage die wir da hatten zu unilever und walmart procter und gamble würde ich dann denken dass genau für diese anleger die beiden unternehmen rwe und eon interessant sind und ich würde sie auch dann wirklich tatsächlich im aktienmix also vielleicht beide hälfte ich reinnehmen auch noch ein deutscher wert oft nachgefragte bayern ja bayern da ist auch wirklich also meines erachtens die verkannte story tatsächlich im deutschen markt im jahr 2021 weil hier darf man nicht vergessen bayern hat tatsächlich den ganzen letzten kursanstieg oder die kursanstiege seit mal ich muss mal gucken fast aber wir können ja wirklich mal die rwe hier drin lassen aber seit 2018 haben die den ganzen kursanstieg überhaupt nicht mitgemacht und das ist genau der tatsache geschuldet gewesen dass man hier diesen glyphosat problematik in den usa da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein dürfte jedem bekannt sein wenn ich nachlesen gibt es milliarden von artikeln im internet wir haben es ja auch schon sehr sehr oft besprochen und genau das ist der punkt wenn da der deckel fliegt dann weg wenn dieser fall gelöst ist und dann ist auch wirklich das sieht man hier auch sehr schön gerade im verhältnis zur rwe was dafür ein potenzial wirklich drin ist der und der konzern ist halt ist ein pharma konzern hat sozusagen diese ganze bandbreite vom saatgut bis zum pflanzenschutz zusätzlich noch abgedeckt man hat eine tolle kooperation mit kiovec drin und der einzige hemmschuh ist tatsächlich nur noch diese glyphosat fälle in den usa die natürlich schon auch nicht ohne risiko natürlich sind und auch sehr sehr unschön wenn man es gerade unter dem esg aspekt also sozial betrachten will aber unter dem investoren aspekt sehe ich schon wirklich hier großes potenzial und wenn eben da wird auch bald eine entscheidung fällig werden wenn die den positiv für das unternehmen ausfällt dann gibt es da kein halten mehr also man kann wer ein bisschen konservativer ist sollte sozusagen erstmal abwarten bis sich der amerikanische richter tatsächlich dazu äußert ob er mitgeht dass man sozusagen diese fälle durch eine einmalzahlung und durch diesen kommissionsvorschlag eben beiseite oder beseitigen will wenn das passiert dann würde ich dann sozusagen einsteigen ansonsten wer spekulativ unterwegs ist kann natürlich darauf wetten dass eventuell so ein entschluss kommt sollte dann aber nicht überrascht sein wenn der entschluss negativ entschieden wird dann kann es hier tatsächlich mal fünf oder zehn 15 prozent runter gehen aber mittelfristig sehe ich das unternehmen gut aufgestellt weil so dieses erste damoklesschwert was wirklich da war wo man gedacht hat der konzern wird platt gemacht wenn eben 40.000 kläger da sind jeder 20 millionen erwartet kann man sich schnell ausrechnen was da für eine summen im raum sind das hätte der konzern kaum stemmen können jetzt ist das ganze relativiert worden natürlich immer noch sehr sehr hohe schadensersatz oder klageforderungen die da sind aber die verhalten sich in einem rahmen die der konzern tatsächlich wegdrücken kann und das war auch bei den letzten zahlen wenn man so ein bisschen tiefer reingestiegen ist tatsächlich ersichtlich dass das operative geschäft bei dem unternehmen wirklich gut läuft und eigentlich wirklich nur die belastung aus diesem pflanzenschutz sektor glyphosat oder roundup wie das produkt der dann von monsanto hieß das eben wirklich die der große belastungsfaktor waren wenn der weg ist dann ist das unternehmen für mich ein absolut interessantes unternehmen und von daher zumindest ein watchlist kandidat weiterhin die nächste aktie die wir auf dem zettel haben die wird auch ab und zu mal nachgefragt werden sie auch schon mal in unserem 5g special die american tower genau ist genau genommen eigentlich ein read genau wir haben ja vielleicht noch mal ganz kurz zur erinnerung das ist halt ein unternehmen was eben funkmasten in den usa betreibt und darüber sozusagen dann die infrastruktur für funktechnologie also telekommunikationsunternehmen betreibt ja da ist natürlich das problem dass es bisher ein gut kalkulierbares geschäftsfeld war das haben wir auch gesehen wenn man sich hier mal den langfristschart ansieht viele investoren mögen so eine infrastrukturunternehmen weil man eben genau weiß okay das ist eben ein geschäftsfeld da tut sich nicht allzu viel man kann eben über jahre hinweg hat man cashflow mit dem kann man gut kalkulieren und deswegen haben sich die aktien im endeffekt genauso nach so einem klassischen discounted cashflow modell entwickelt also man konnte sehen so viel kommt rein wenn ich das sozusagen antizipiere in dem aktuellen aktienkurs ergibt sich ein entsprechendes kurs ziel und so ist das ganze entsprechend auch fort entstanden momentan so ein bisschen ein showstopper weil für american tower könnte tatsächlich die 5g technologie sein hört sich komisch an ist aber so das hat damit zu tun dass natürlich die datendichte und die verarbeitung dieser daten wesentlich besser durch 5g geht das heißt man braucht gar nicht mehr also wenn du früher einen funkmast hattest wo eben fünf betreiber ihre antennen ran gemacht haben und american tower entsprechend fünfmal dann leih oder mietgebühr einnehmen konnte ist es halt so dass sich jetzt viele zusammentun können und sagen hey pass auf wir nehmen eine antenne oder ein funkmast nutzen den gleichzeitig eben aufgrund dieser datendichte und brauchen eben nicht jetzt drei oder vier oder fünf verschiedene sozusagen mal mietgebühren zahlen und genau das ist momentan so ein bisschen der showstopper bei den aktien ich denke dass man jetzt ein bisschen vorsichtiger sein muss man wird nicht mehr diesen starken kursanstieg sehen wie in den letzten jahren aber ist natürlich interessant weil infrastruktur ist infrastruktur und bleibt auch weiterhin interessant weil es einfach wichtig ist und auch ich denke dass man da natürlich auch nicht darauf verzichten kann aber eben nicht mehr mit diesen stürmischen zuwächsen also gerade 5g ist da so ein bisschen wie gesagt eher so ein hemmschuh aber wie gesagt 2,3 prozent dividendenrendite ist ein wort und dafür dass das geschäftsfeld an sich eher konservativ ist weil eben jetzt nicht zum beispiel ein großer technologie gigant kommen kann und sagen kann okay wir bauen das nach man ist zwar jetzt versucht fällt mir auch natürlich ein durch skylink oder sowas von elemas dass man eben viele satelliten ausschließend damit versucht so ein netz zu bilden aber das kann bei weiten erst mal nicht die infrastruktur auffangen die man tatsächlich durch die funk master hat weil es eben eine ganz andere technologie ist wir sprechen hier auf der einen seite über ich sage jetzt mal ganz grob internet für jeden und auf der anderen seite dass das aber eben auch 5g ist wirklich eine andere technologie so kommen wir zum nächsten wert und wechseln damit mal kurz den kontinent also ich vermute jedenfalls dass es ein anderer kontinent ist lu kong tech lu kong 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 vielleicht weiß jemand sagen wir mal welches land das ist ja china china war auch gerade wirklich verdutzt weil es hat sich gut angehört nun koong und da sind wir dann criticized ein china sieht mit der kantonesisch spricht habe ich wahrscheinlich seine mutter beleidigt oder so ich hoffentlich nicht aber ich entschuldige mich jetzt schon mal zumindest würde ich jetzt als nächste nachfrage bei dir stellen ob du sozusagen als zwei job im chinesischen restaurant aushilf also hat sich so angehört ja aber dann weit weg vom publikum dann in der küche genau in der küchenwurl nicht sieht und nicht hören kann genau lu kong ist also ich denke auch dass es so ausgesprochen wird wie gesagt wäre es besser weiß, ruhig unten in die Kommentare, dafür sind sie ja da, reinschreiben, ist ein chinesischer Drohnenhersteller und ist natürlich in diesem ganzen Hype rund um Ihang, die hatten wir ja hier auch schon mal, auch extrem stark angestiegen und es ist natürlich interessant, dass diese ganze Drohnenbranche jetzt richtig an Hype, an neuen Interessenten natürlich auch findet. Der Chart spricht aber auch hier schon Bände, wenn man eben sieht, dass die Aktien von, was waren das, 60 Cent bis auf über 3 US-Dollar angestiegen sind, jetzt wieder zurückkommen. Ich würde halt auch sehr vorsichtig sein, weil das Thema ist natürlich interessant und man hat ja auch eine interessante Kooperation gemacht, aber es dauert eben halt auch, also man wird nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen jetzt hier das Ei des Kolumbus sozusagen finden, sondern man ist sicherlich hier jetzt erstmal aufmerksam geworden auf die Aktie, ich würde die mir vielleicht mal auf die Watchlist nehmen, ich würde doch jetzt erstmal warten, bis hier die erste Konsolidierung einfach von diesem starken Kursanstieg voll zogen, vielleicht fallen die auch nochmal auf 1,50 Dollar zurück, dann würde ich sie interessant finden, aber auch wirklich nur unter diesem ganz, ganz hoch spekulativen Charakter. Also es sind alles Unternehmen, die gerade in solchen Phasen, in denen wir uns gerade befinden, sozusagen in der Endphase eines Bullenmarktes, da sucht man eben dann abseits dieser klassischen großen Unternehmen, großen Technologieunternehmen natürlich auch immer mehr in den zweiten, dritten und vierten reiner interessanten Aspiranten und kommt dann auch auf solche Unternehmen. Und das Problem ist, Aktienkurse können natürlich immer nur durch Liquidität ansteigen, wenn die Liquidität weg ist, dann ist auch nichts mit Aktienkursanstiegen mehr und das ist genau die Gefahr dabei. Das heißt, wenn dann natürlich schnell der Fokus wieder weggeht von diesen kleinsten Unternehmen hin auf die großen Unternehmen, dann ist auch mit den Kurssteigungen sozusagen vorbei und dann sitzt man so in einer Position und wird die nur noch mit großen Verlusten halt abverkaufen oder verkaufen können und das sehe ich halt in dem Fall auch. Also ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein, wir haben sehr, sehr viele Anfragen ja auch immer wieder von kleinen Unternehmen jetzt bekommen und da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, auch wenn natürlich klein relativ ist. Hier sieht man es übrigens, Virgin Island, VGG haben die als Eisen, also wieder das gleiche Konstrukt aus der ersten Frage oder aus einer der Fragen, die wir vorher hatten. Und deswegen würde ich da vorsichtig sein. Also bei einer Apple kommt man einfach schnell raus. Das ist klar, das ist ein Billionen-US-Dollar-Unternehmen. Wenn man da einen Aktienbestand kauft, kann man den auch wieder relativ schnell und gut verkaufen und muss keine großen Verluste hinnehmen. Solche Unternehmen sind im Verhältnis dann kleiner kapitalisiert. Das heißt, man kommt zwar gut rein, aber eben entsprechend schlecht wieder raus, weil eben dann mal schnell, wie man es hier sieht, auch 11% fehlen können an einem Handelstag. Deswegen vorsichtig sein. Branche, Drohnenbranche ist mit Sicherheit interessant. Bloß da sind auch viele Unwägbarkeiten auch zu nehmen. Sicherlich wird in China die Technologie wesentlich schneller vorangetrieben. Aber dieses große Ausrollen, Stichwort Amazon, hat es ja auch mal mit diesen Drohnen, Lieferdrohnen mal versucht in Deutschland. Da gab es ja dann zig Vorschriften, die eingehalten werden konnten. Und wenn man sich halt auch vorstellt, dass jetzt hier auf einmal, weiß ich nicht, was 50 verschiedene Drohnenbetreiber ihre Drohnen rumfliegen. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so förderlich ist und ob das tatsächlich auch in dieser Form umgesetzt werden kann. Also sicherlich interessant, auch sehr hoch spekulativ, aber eben das muss man eben berücksichtigen. Von daher würde ich sagen, auf die Watchlist. Und ich würde sagen, lass uns mal ein Häppchen essen gehen. All dieses Gerede über chinesische Restaurants hat mich irgendwie rumkriegt gemacht. Ja. Und dann machen wir gleich weiter. Kurze Pause. Hast du mal auf die Speisekarte geguckt, was es heute gibt? Nee. Irgendwas Chinesisches wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, reich. Frisch gestärkt geht es weiter und zwar mit Northern Data. Genau. Deutsches Unternehmen, den einen oder anderen Zuschauer vielleicht noch unter Northern Bitcoin bekannt. Wie der Name schon sagt, eher so in dem Bereich der Technologie halt unterwegs. Und Northern Data ist Ausdruck auch dafür, dass sich das Unternehmen einen neuen Geschäftszweck zugewandt hat. Also weg von der Blockchain-Technologie hin eher zu künstlicher Intelligenz, Big Data und halt Betreiben von sehr hochperformanten Datennetzwerken oder Daten- oder Rechenzentren. Genau. Und dann habe ich gesucht. Und das ist natürlich gerade in so Zeiten auch ein sehr, sehr lukratives Geschäftsfeld. Klar, dezentrales Arbeiten, viele Daten, die aufkommen und entsprechend verarbeitet werden. Spiegelt sich auch natürlich in den Gewinn- und in der Umsatzsituation wieder. Das heißt, ich denke mal, dass diese Ausrichtung durchaus interessant und auch gut war. Wird wahrscheinlich auch tendenziell in den nächsten Jahren weiter so laufen. Stichwort Palanty, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. Auch hier aber halt eher mit angezogener Handbremse. Also das heißt natürlich, dass wir jetzt diese Einmaleffekte hatten durch das Corona-Jahr nenne ich es jetzt, 2020. Sind halt sehr, sehr viele Investitionen auch in diese Richtung getätigt worden. Und ich glaube, dass man jetzt eher mit vermindertem Tempo vorangeht. Aber ich glaube schon, dass das Unternehmen auch gut positioniert ist, also durchaus interessant ist weiterhin. Okay. Weiterhin ein deutsches Unternehmen, Cardion Salz AG. Genau, die Cardion Salz AG ist in den letzten Tagen, Wochen in die Schlagzeilen gekommen, weil sich hier die BaFin zu Wort gemeldet hat und eine Überprüfung bei dem Unternehmen vornehmen will, ob man eben bei den Publikationen in den letzten Jahren wirklich auch rechtskonform vorgegangen ist. Hat natürlich für Verunsicherung gesorgt. Hier haben natürlich viele Anleger erst mal aufgeschreckt an einige ehemalige DAX-Mitglieder gedacht. Was ist da, wenn die BaFin sich einschaltet? Das ist ja meistens immer schon ein Warnsignal. Ja, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass diese Behörde, die Finanzaufsicht natürlich eher die ganzen Regularien, die Regulatorik überwacht und eher den formellen Charakter hat. Also nicht hier wirklich in die Tiefe reingeht und da halt dann von sich aus schon sagt, dass man eben den Verdacht zum Beispiel von irgendwelchen Rechtswidrigkeiten hat, sondern wirklich oder strafrechtlichen Rechtswidrigkeiten, sondern wirklich eher tatsächlich von den formalistischen Gedanken dahinter. Also Publizitätspflichten und so weiter und so fort. Und deswegen kommt es oftmals bei Situationen vor, die sich halt in Turnaround-Situationen befinden, dass man teilweise der einen Verpflichtenden nicht so richtig nachkommen kann. Das ist jetzt keine Bewertung von der Situation, sondern nur mal eine generelle Ausführung, dass man eben aufgrund der Ereignisse, die sich halt teilweise auch schnell abspielen oder eben teilweise dann eben doch schlecht zu koordinieren sind, genau dann solche Situationen entstehen können. Die müssen dann halt überprüft werden. Die Situation haben wir eben auch bei Kali und Salz. Kali und Salz natürlich ein bisschen in der mistlichen Situation. Zum einen, weil man natürlich den starken Fokus zum Beispiel auf die Streusalze, also die klassische Salzindustrie hat. Da lief es in den letzten Jahren auch nicht so gut. Man braucht mir ja gar nicht so weit gucken. Wir hatten jetzt auch nur gerade in der Nordhemisphäre eigentlich nur eine Woche oder zwei Wochen, wo halt ein bisschen gestreut werden musste und nicht mehr so wie man es früher kennt, so vier, fünf Monate wirklich deftiger Winter, wo eben Streusalze eingesetzt worden sind. Das ist der eine Hemmschuh. Der zweite ist natürlich, dass die rückläufige Konjunktur einfach dazu geführt hat, dass man im Kali Produkte, also sprich die Düngeprodukte auch nicht mehr so stark nachgefragt hat in den letzten Jahren und das sozusagen der zweite Dämpfer ist. Beides könnte sich jetzt aber auch wieder verbessern, gerade eben was der Düngebereich angeht. Da gibt es einige bullische Calls, also ein paar positive Stimmen von Analysten, die eben sagen, dass man davon ausgeht, dass 2021 eben ein durchaus gutes Jahr für die Branche werden könnte und das sieht man ja auch so mit Ansätzen bei Kali und Salz und wenn man sich eben hier auch nochmal einen langfristigen Chart anguckt, dann kann man eben dort das Potenzial theoretisch oder praktisch auch erkennen, was eben in diesen Aktien steckt, wenn es eben wirklich wieder rund läuft. Also auch wieder natürlich ein sehr hoch spekulativer Charakter, deutet sich ja auch schon im hohen KGV von einer 880 aus, das bedeutet, man hat einen sehr, sehr geringen Gewinn, also quasi eigene schwarze Null und wenn da eben sozusagen wieder Dynamik reinkommt, dann relativiert sich so ein KGV auch, aber eben wie gesagt, ist halt eher sehr spekulativ. Square hatten wir schon mal. Square hatten wir schon mal, genau, ist ja ein Unternehmen von dem Twitter-Gründer, Jack Dorsey, glaube ich heißt er genau, gegründet worden und ist in dem Bereich des Online-Payment-Segments tätig. Ich gucke gerade mal, hier gibt es einige Square-Aktien, ich glaube Square Financial heißen die. Da, ich habe sie. So. Genau, ein Unternehmen eben von dem Jack Dorsey, von dem Twitter-Gründer auch mitgegründet worden, im Online-Payment-Bereich tätig und hat sich eben daraus spezialisiert, eher so kleinere Unternehmen, kleinere Unternehmen denen die Möglichkeit zu geben, dass man sozusagen Online-Payment abwickeln kann. Und das ist natürlich ganz smart und clever, man sieht es halt auch, die Story ist aufgegangen, jetzt vor kurzem hat man gesagt, dass man auch direkt in Bitcoin investieren will oder investiert hat, daraufhin sind die Aktien auch nochmal relativ stark angezogen. Also man setzt sich mit diesem Trendthema auseinander und das spiegelt sich in den Aktien auch wieder. Für mich auch eher so ein Kandidat, ähnlich wie eine Paypal, die wir am Montag auch behandelt haben. Lang- und mittelfristig interessant, kurzfristig ein bisschen zu heiß gelaufen. Ich glaube, die kommen auch nochmal zurück, die können durchaus nochmal so in den Bereich 220 US-Dollar zurücklaufen, da würde auch gar nichts anbrennen. Das ist auch nicht schlimm, das wäre eine gesunde Konsolidierung. Mittelfristig ist die Story für mich intakt, die sind gut positioniert, gut aufgestellt. Auch gerade diese Verbindung in Richtung Twitter eben über den CEO, also über den Gründer, ist natürlich super, super interessant. Und wie gesagt, Online-Payment bleibt ein Wachstumssegment für langfristig, mittelfristige Anlagen, interessant, kurzfristig, eher so ein Watchlist-Kandidat. Nächster Wert, ich glaube, auch wieder in Deutschland, Rational AG. Genau, Rational AG. Das war für mich auch ein Phänomen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Großküchengerätehersteller. Also die stellen wirklich, ja, also die überdimensionierte Kochutensilien, wenn man es so will, herhert und Spülmaschinen und so, die ja bestimmten Standards einfach erfüllen müssen und kannst ja nicht einfach normalen Geschossspüler in so eine Großküche packen. Der würde, glaube ich, noch nicht mal 20 Minuten durchhalten, sondern das sind ja richtig so eine Geräte, die, da packt man eben, die knallt man eben wirklich mit hunderten von Tellern voll und innerhalb von zehn Minuten sind die dann sauber. Und das ist eine ganz andere Technologie, die dahinter steht. Und ich habe mich wirklich gewundert, weil, wenn man eben zum Beispiel in den Innenstädten unterwegs ist, was sieht man? Ein geschlossener Restaurant. Also frage ich mich, wer kauft denn die Produkte von Rational? Und gerade, okay, jetzt hätte man sagen können, ja, es ist vielleicht am Anfang oder Mitte des letzten Jahres, das wird ja alles schon wieder, die Restaurants werden ja auch wieder eröffnen, haben sie aber bis heute ja nicht. Also, man sieht ja weiterhin diese starken Restriktionen in diesem Bereich. Deswegen finde ich es schon, fand ich es sehr interessant, eben, dass die Aktien so gut performt haben, also wirklich auch neue Jahreshöchstkurse ausgebildet haben. Für mich ein Fragezeichen, wo ich noch keine Antworten so richtig für habe. Man sieht zwar, dass die sich gut auch gehalten haben, aber ich denke, dass da wirklich, gerade wenn die Restaurants wieder aufmachen, dann werden die natürlich nicht sofort losstürmen und in Inventar investieren, sondern natürlich wird man das alte, die alte Technologie erstmal nutzen, bis dann wieder das alles läuft und wenn dann sozusagen der Geschäftsbereich wieder normal läuft, dann wird man auch natürlich sich neue Anschaffungen leisten können. Von daher, ich finde die Aktien als doch sehr risikobehaftet, eben aufgrund des doch eher fragwürdigen oder beziehungsweise dann eben auch weiteren Fortlaufs, was die Restaurantbranche angeht und ich würde da eher vorsichtig sein. Aber vielleicht nutzt er die Gastronomie, diese Zwangspause dazu zu renovieren und neue technische Ausstattungen zu schaffen. Und natürlich kinderreiche Großfamilien im Homeoffice, die natürlich jetzt auch zu sehen werden. Den Geschirrspüler nehmen, um die 100 Teller in 10 Minuten durchbaschen zu können. Kann natürlich alles sein. Ja, ich glaube, die hatten jetzt auch Zahlen bekannt gegeben, die auch nicht so gut waren. Deswegen kam auch dieser starke Kursrücksetzer hier in den letzten Tagen zustande. Aber trotzdem nach wie vor sind, selbst wenn die Großfamilien jetzt alle loslaufen, sie sollen sich entsprechende Herde und Waschmaschinen oder Spülmaschinen halt entsprechend kaufen. Weiß ich nicht, ob man das dann tatsächlich auch auffangen kann, diese ganzen kleinen Restaurants, die vielleicht auch nicht mehr aufmachen werden. Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Zuschauern. Dann unten in die Kommentarleiste, wer sich so ein Großgerät gekauft hat, ruhig mal unten reinschreiben und die Beweggründe würde uns interessieren. Genau, und ob da eine Großfamilie dahintersteckt. Ja, wie viele Kinder, genau. Okay, richtig. Das hat auch Schlagzeilen gemacht, glaube ich, in letzter Zeit. Warren Buffett und seine Umschichtungen. Ja. Apple hat es getroffen, glaube ich. Apple hat es getroffen. Die Apple-Beteiligung ist draußen oder abgebaut worden sehr stark. Er ist wirklich in Richtung Rohöl gegangen, in Richtung 5G und in Richtung Pharma. Also hat die Beteiligung im Pharma-Bereich auf- und ausgebaut und hat im Rohöl-Sektor zugeschlagen. Und das zeigt eben auch, dass die Annahmen natürlich, die wir auch getroffen haben, die auch jetzt natürlich entsprechend so eine Großinvestoren einfach nehmen, die verabschieden sich wirklich von der New Economy und gehen halt in Richtung Old Economy, weil man einfach annimmt, dass da jetzt eben dieses Aufholpotenzial oder dieses Aufholpotenzial vorhanden ist. Ich wette, Warren Buffett hat das Marktupdate auch gesehen und hat sich gedacht, Nipkote hat recht. Genau. Gehen wir mal wieder in Old Economy. Ja, nein, da gehe ich eher so in die Richtung, dass natürlich Warren Buffett ja nicht allein der Entscheider ist, sondern der hat ja ganze Teams und man denkt ja natürlich auch oftmals in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn man halt lange an der Börse oder lange in dem Investmentbereich tätig ist, dann hast du irgendwann so ein Erdendenken so ein bisschen und natürlich kommt es dann dahingehend auch, dass man einklärt, dass es ein logischer Schluss ist, der da eben stattfindet. Und die Ölindustrie ist aus meiner Sicht heraus ein logischer Schluss. Da hatten wir am Montag drüber gesprochen, über BP, Shell und so weiter. Die Unternehmen sind einfach interessant auf dem aktuellen Niveau. 5G ist eine Zukunftstechnologie. Das haben viele auch noch nicht so richtig durchdrungen, weil es nicht im B2C-Bereich abläuft. Also du wirst das gar nicht merken, dass du vielleicht besser streamen kannst. Das ist marginal. Das ist wirklich essentiell für Internet of Things, für autonomes Fahren und für alle Anwendungen, die daraus entstehen. IoT, also habe ich ja gesagt, genau. Aber das sind alles diese Punkte und die Technologien, die davon stark profitieren werden und wo auch das Geld dann reinkommt. Also nicht jetzt, ob jemand einen zweiten Handyvertrag abschließt und irgendwie 10 Euro im Monat mehr bezahlt, sondern wirklich, dass eben viele autonome oder beziehungsweise viele technische User, also sprich Autos dann zukünftig tatsächlich als Teilnehmer in diesen Funknetzen agieren werden, die ja dann sozusagen wirklich neue Kundengruppen darstellen. Also diese Maschinen, die dann per Tokenisierung in diese Netze mit reinkommen und eine eigene Identität haben. Das ist wirklich sehr spannend, was da passiert und das ist im Endeffekt wirklich der Kerntrigger, die Kerntechnologie, der Kerntrigger, der dahinter steht. Und deswegen, für mich nachvollziehbar, würde ich eh nicht verfahren. Ich sehe bei den Technologiewerten, gerade wie eine Apple und so, zwar noch ein bisschen Kurspotenzial, aber da ist erstmal der Drops gelutscht. Also jetzt kommt wirklich das größere Potenzial sich in der Old Economy. Okay. Und dann nähern wir uns jetzt auch dem Ende dieser Sendung, also ich nehme hier mal zwei Werte zusammen, dein Einverständnis vorausgesetzt, Goldman Sachs und Credit Suisse. Genau. Die Banken, wir hatten auch nochmal nachgefragt, wir können sie mal ansehen. Da würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil eben auch der politische Wandel in den USA natürlich auch dazu Sorge trägt, dass sich die Ausgangssituation, die steuerliche Ausgangssituation für die amerikanischen Banken eben ändern wird. Also man kann davon ausgehen, dass natürlich das, was Donald Trump eben gerade zugunsten von amerikanischen Banken in der Besteuerung eben angegangen ist und auch umgesetzt hat, dass sich das auch wieder relativ stark oder umkehren kann. Momentan profitieren gerade Goldman Sachs und JP Morgan, also die großen Banken und eben auch teilweise Credit Suisse, die eben sehr stark im Investmentbanking unterwegs sind, natürlich davon, dass da eine sehr hohe Nachfrage ist. Das sieht man halt auch. Hier wird es aber dann irgendwann gefährlich, wenn eben dieser Hype abnimmt. Das heißt natürlich, die Handelsaktivitäten rückläufig sind. Dann verdienen die Banken auch nicht mehr so ein großes Geld. Es ist, ich denke mal, die Hochzeiten der amerikanischen Banken dürften wirklich erst mal vorbei sein. Also hier sehe ich jetzt keine großen, also sehe ich eher mehr Risiken als wirklich Chancen, die sich da eben auch verbürgen. Währenddessen ist eben zum Beispiel bei einer Credit Suisse bei den Schweizer Banken ein bisschen anders aussieht. Das sieht man ja auch vom Kursverlauf her, wobei wir hier natürlich wieder das Problem haben, dass man die Aktien ausschließlich in der Schweiz beziehungsweise in London kaufen kann, beziehungsweise bei Lang und Schwarz. Außerbörslich, genau. Genau, außerbörslich, also auch nur ausgewählt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die alle auch handeln. Das muss man halt auch sehen. Aber da würde ich dann, wenn ich im Bankensektor unterwegs bin, tendenziell eher auf europäische Banken setzen, also zum Beispiel französische Großbanken finde ich da interessanter. Schweizer Banken sind da auch interessanter, wenn man jetzt den direkten Vergleich zum amerikanischen Markt sieht, weil da einfach der Bankenzykle schon viel weiter vorangegangen ist, eben aufgrund der eingangs erwähnten Steuersystematiken. Und da sehe ich eher momentan den Zenit, währenddessen ich bei den europäischen und gerade hier auch bei den Schweizer Banken tendenziell eher wirklich die Chance hier, dass man jetzt sich weiter eher positiv entwickelt, wobei die Margen in dem Geschäft nicht mehr so riesig groß sind. Und der Fokus sollte dann wirklich auf die Institute gelegt werden, die sehr stark im Investment-Ranking-Bereich unterwegs sind. Wenn man bei den Schweizer Banken bleiben will, dann Credit Suisse, UBS sind so die klassischen Vertreter oder von Tobel, die eben sehr stark auch in diesem Bereich unterwegs sind. Ich würde bei den kreditgebenden Instituten eher vorsichtig sein, weil man da eben aufgrund der Corona-Virus-Pandemie sehr hohe Kreditrisiken unter Umständen in den Büchern haben kann. Immobilienfinanzierer würde ich auch vorsichtig sein, weil man eben nicht weiß, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, alles Risiken, geringe Margen im Verhältnis zu den großen Risiken, die in den Märkten vorhanden sind. Und von daher, wenn wir die beiden Credit Suisse und Goldman Sachs sehen, würde ich tendenziell eher auf eine Credit Suisse setzen. Gut. Ja, damit hast du alle Fragen von deinem Zettel. Richtig. Genau. Alles für heute erledigt. Wir haben nicht nur die Fragen erledigt, sondern auch das Essen erledigt. Also von daher eine Vollends und gelungene Sendung, würde ich sagen. Ich hoffe doch, dass das die Zuschauer auch so sehen, ja. Und man sieht auch nicht, dass die noch eine Pommes hier seitlich haben. Was? Wie? Oh Gott. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Sendung am Montag wieder, 17 Uhr hier auf dem kommendirekt YouTube-Kanal. Und ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Wenn euch die Sendung gefällt und wenn ihr keine mehr zukünftig verpassen wollt, dann einfach den Kanal abonnieren, gerne ein Like dalassen oder eben doch gerne in die Kommentare, Liste unten reinschreiben, wie E10 auf Chinesisch formuliert wird, ob ihr eine Großfamilie habt, Rationalprodukte geholt habt, wie viele Kinder etc. Also wir haben euch ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Sendung. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss. Töne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020